Genau, ab geht er, der Peter. So, jetzt muss ich dann umschwanken auf Dienst. Jetzt müssen wir mal den Herrn Lamm filmen. Ja, der Lamm, guck dir das an? Der hat sich schon wieder drei Autos in der Boxengasse gehobt. Ja, der hat sich auch schon gesagt. Ach, dann weiß es auch nicht. Keiner hat, was das sein soll. Ich habe das Gefühl, es steht hier an dem Sitz. Aber das ist so, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich wollte es nicht. Ich denke, es ist auch so gut. Ich denke, es geht so fast. 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 Es geht so fast. Ich denke, es geht so fast. Ich denke, es geht so fast. Ich denke, es geht so fast. 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 Es geht so fast weiter. Es geht so fast. Es geht so fast. Das war's für heute. Das war's. Wie heißt das Lager und da geht es? Bitte? Wie heißt das Bus? Das ist bitte Lager. Ah, die Scheibe. Ah, die Scheibe, genau. Die ist aber voll angetrieben. Aber da hinten gibt es eine andere Verbindung. Ja, aber der. Ja, okay, stimmt. Steht da jemand drauf? Das ist so bei normalen Wellen passiert es nicht, ne? Ja. Auch, ja. Wenn du irgendwo, wo du fährst auf Runde, da kommt das in Schwingung, da kommt das auf die Fahrt. Ich fahr da drüber und dann kommt da. Schiebt dann eben da weg, Mann! Also die Kurve geht deutlich besser mit denen. Da hab ich 110 drauf gehabt, sonst war ich 100, 100. Was sind das alles für Flaschen hier unterwegs, ey. Da kriegt stand der Hass bei sowas nicht. Weißt du jetzt nicht, dass es 30er-Zone ist, nur weil da keine Flasche ist? Das war's wieder. Das war's wieder. Das war's wieder. Ohne gucken, alter. Das ist übel, ja? Ja, aber das ist nur eine Schwingung, das stößt irgendwo an. Ich meine eher, es wäre so eine. Ja. Eine horizontale. Nicht so, sondern so. Ja. Nicht so, denn ganz gut. Ja, ich bin dangerous. Ich bin großartig.